Hallo zusammen, ich bin Jenny Herren, Moderatorin bei SRF 3. Ich bin heute in Fribourg bei Audrey Vero. Sie ist nominiert für SRF 3 «Best Talent Sport». Wir stellen euch das jetzt etwas genauer vor. In der ersten Zeit, ich war ein Sport, Polisport. Wir machen viele Sport. In der primäre Schule, ein Professeur me sagte, dass ich ein Talent in Athlätiske habe, und dass ich schnell in Athlätiske habe. Ich denke, das ist der beste Sport, denn es ist ein Sport individuell, aber auf dem Training, wir alle zusammen trainen. Es gibt eine gute Ambulanz, eine gute Humeur. Und wir haben alle zusammengebracht. Aber auf der piste, wir sind alle zusammen, und es muss sichern. Die Freiheit, mein Punkt ist, zu machen, was wir lieben, und ohne Probleme zu haben. Ich bin eigentlich nicht so gut. In der Welt, in der Zeit, ich bin ziemlich schüchige, und ich bin conscient. Ich bin sehr froh, dass ich in der Athletik nicht mehr timid ist. Man muss auf jeden Fall gehen und nicht mehr zu lassen. Ich denke, das ist die Unterschiede. Ich kann mich immer auf meine Entraineren fragen, oder manchmal auf die anderen im Club fragen. Ich bin sehr froh, dass ich mich für SRF 3 bin. Das bedeutet für mich, dass ich mich sehr unterstütze. Ich bin sehr froh.